Wie genau veröffentlicht man eigentlich ein Hörbuch bei Audible, iTunes oder Amazon? Diese Frage möchte ich in diesem Video aus der Vogelperspektive einmal für dich beantworten. Wir fangen direkt einmal an. Wenn man ein Hörbuch veröffentlichen möchte bei Audible, muss man natürlich erst mal eins haben. Das heißt, wenn wir einen Schritt mal zurückgehen, geht es natürlich um die Akquise. Also du musst erst mal dafür sorgen, dass du an einen Auftrag kommst. Was hier ganz wichtig ist, biete dem Autor mit an, dieses Hörbuch direkt zu veröffentlichen. Meiner Meinung nach ein super, super wichtiges Thema, was die meisten Sprecher absolut vernachlässigen. Die meisten denken, jo, ich bin Sprecher, ich spreche nur. Ist ja auch alles schön und gut. Du würdest aber deutlich erfolgreicher werden und auch mehr Geld verdienen, wenn du den Autoren das mit anbieten würdest. Sag denen, hey, ich mache dieses Hörbuch für dich, ich bringe es für dich auch auf Audible. Warum ist das so wichtig? Der Autor hat keinen Plan, wie das geht. Am Ende hockt er da mit einem Kuchen, wo er nicht weiß, wie er ihn essen soll, weil er vielleicht mit dem Hörbuch dann zu einem Hörbuchverlag gehen muss. Die nehmen ihm 90% der Anteile ab, veröffentlichen das für ihn. Das kannst auch du erledigen und vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür nehmen oder dich auch anteilig noch dazu eben mit bezahlen lassen. Ja, und das macht auf jeden Fall Sinn. Okay? So, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Ja, wir haben den Auftrag bekommen, das war wohl veröffentlicht. Aber wir müssen es natürlich vorher erst mal produzieren. Ja, das Ganze muss aufgenommen werden. Und da wird es spannend, weil Audible, iTunes, Amazon, die haben selbstverständlich Richtlinien. Ja, die sagen nicht, jo, hier, komm, lad deine Aufnahme, die du mit einer Kartoffel und einem Toaster aufgenommen hast, kannst du dich hochladen. Ja, sondern die überprüfen das wirklich, die hören sich das selber nochmal an und gucken, passt das oder passt das eben nicht. Und auch da geben wir zumindest komplette Vorlagen für dich, für deine Aufnahmesoftware, die ich natürlich mit dir einstelle, alles drum und dran mache, gebe ich ihr mit. Ja, das heißt, alles ist perfekt eingestellt. Du musst so gut wie nie, also super selten mal irgendwie irgendwas verändern, weil es zu leise oder zu laut war vielleicht. Also deine Aufnahmen sind dann immer perfekt. Achte darauf, dass die richtigen Formate ausgewählt sind, wenn du deine Hörbücher veröffentlichst bei Audible. Ja, das können wir dir hier einmal einblenden, ja, wie da eben diese Systemvoraussetzungen sind. Darunter sind zum Beispiel das Format, dürfte MP3 oder Waves sein, Stereo oder Mono. Dabei ist wichtig zu beachten, alle Dateien müssen so sein und wir haben hier auch eine Durchschnittslautstärke, die beachtet werden muss. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles technischer Kladderer-Datsch. Wenn du lernen willst, wie du dich gar nicht mal damit befassen musst, großartig, weil eh nie so gut wie nie Fehler auftreten, dann komm zu uns ins Beratungsgespräch und nimm teil bei unserer Sprecherausbildung. So, jetzt ist dieses Hörbuch produziert. Ja, wir haben es eingesprochen, wir haben es dem Autor zur Verfügung gestellt, wir haben es veröffentlicht. Wie funktioniert das? Das ist jetzt nicht so, wie manche denken, dass man irgendwie bei Audible hingeht und sagt, hey, ich würde das jetzt gerne veröffentlichen, darf ich bitte? Bei Audible kannst du wirklich alles veröffentlichen, sondern es ist so, dass es Distributoren gibt. Das kannst du dir vorstellen wie so große Warenhäuser bei Lebensmitteln, die quasi ganz viele Läden beliefern mit dem Snickers-Riegel. Ja, das kriegt dann Edeka und Lidl und wie auch immer, wobei mittlerweile, ich glaube, Snickers hat die Lieferung an Edeka eingestellt. Aber so kannst du es dir vorstellen. Ja, wie so ein Warehouse, also wie so eine große Lagerhalle, diese Distributoren bei Hörbüchern, denen gibst du das Hörbuch, ja, und die ballern das dann raus an BookBeat, an Amazon, Audible, iTunes, an alle. Ja? Und bald auch an Spotify. Ja, und in dem Sinne, so kannst du eben dann auch ein Hörbuch veröffentlichen bei Audible. Wichtig hierbei zu beachten, sollte irgendwas nicht klappen, also sollte irgendwie das Hörbuch zum Beispiel die Qualität nicht ausreichend sein, sollte ein Kapitel fehlen, irgendwelche Überschriften nicht stimmen, musst du das Ganze neu hochladen, ja. Das heißt, die geben es dir dann zurück und sagen, du, da stimmt was nicht, überarbeite das bitte mal. Und dann muss das natürlich hier auch angepasst werden, ja. Damit dein Hörbuch auch hier eben später den größtmöglichen Erfolg hat, empfehle ich dir, passe unbedingt das Hörbuchcover an, ja. Bedeutet, wenn das Cover vom Buch, also das Bild, sag ich mal, also das Titelbild, vom Buch nicht gut aussieht, mach ein Neues. Das kannst du erstellen lassen im Internet für ein paar Euro. Und das macht auf jeden Fall Sinn, das sieht super, super, super geil aus, ja. Noch dazu ist es super, super wichtig, dass du darauf achtest, dass dein Intro und Outro richtig gewählt wurde, ja. Und dass da auch die richtigen Sachen drinstehen, weil auch dafür kann Audible dein Hörbuch ablehnen. Wie sieht so ein Intro aus? Im Grunde genommen ist es einfach nur, sie hören den Titel, geschrieben vom Autor, gesprochen vom Sprecher. Hier musst du die Namen einmal einfügen und beim Outro ist es genau das Gleiche. Da musst du auch noch die Copyrights nennen. Das wird normalerweise vorgegeben von eben diesen Distributoren, also von diesen Veröffentlichungsplattformen. Und genau, soviel dazu. Wenn du diese Schritte hier befolgst, dann wird absolut nichts schief gehen. Und wenn doch, dann weißt du mit unserer Hilfe natürlich dann auch, wie du damit umzugehen hast, wenn mal eine Audiodatei falsch ist oder eine Benennung nicht korrekt oder, oder, oder. Da sind wir selbstverständlich für dich da. Wenn auch du lernen möchtest, wie du Hörbücher eben hier veröffentlichen kannst bei Audible, wie du da in Aufträge kommst, wie du damit Spaß haben und auch Geld verdienen kannst, dann geh jetzt auf www.goldenboysacademy.de, trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Du hast es wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört und wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Ja, ich freue mich drauf, von dir zu hören und ja, wünsche dir sehr viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos oder beim Veröffentlichen deiner ersten Hörbücher. Bis dann.